... entlang nach Hause. Ob die Lehrerin wohl nett sein wird, überlegt sie. Das Hexenmädchen bleibt stehen und lässt kleine Steine in das Wasser pusten. Miau! macht es dann hinter ihr. Flora dreht sich erstaunt um. Aus dem Schild passt eine Katze auf sie zu. Ein Kassenkind? Oh, wie süß bist du denn? ruft Flora. Ganz vorsichtig streckt sie die Hand auf. Wo kommst du her? Hast du kein Zuhause?